Wenn man tanzt, passiert etwas Magisches. Einfach alles ergibt einen Sinn. Die Welt ist intakt. Unter dem einen perfekten Moment spürst du das pure Leben. So, alle mal herhören. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Na ja, klar, dass es nicht leicht ist. Ich dachte, L.A. ist der Ort, wo Träume auch echt wahr werden. Es muss scheiße sein, so oft zu versagen und dann zu checken, dass dein Flash-Mod ist. Eigentlich nur ein Witz ist. Raffs, endlich. Diese Crew packt sich in L.A., man. Willkommen zu The Vortex. Das ist der ultimative Dance-Showdown. Mit dem ultimativen Preis. Einen Drei-Jahres-Vertrag in Las Vegas. Das packen wir nicht allein. Stellen wir eine Crew zusammen, oder was? Scheiße, ja. Was machst du denn hier? Du bist in unserer neuen Tanz-Crew. Wir tanzen in der TV-Show in Vegas, bla bla bla. Ich erklär's dir im Auto. Wenn wir eine Crew sein wollen, wer hat denn dann das Sagen? Na, ich. Ich sehe, du hast eine neue Crew am Start. Wollt ihr sehen, wie es richtig geht? Wir gewinnen ist mega. Doch mit euch hier zu sein, bedeutet nie mehr als alles. Es tut mir leid. Ich wollte so sehr gewinnen, dass ich nicht gecheckt habe, was ich verliere. Ich habe gehört, die Favoriten hier sind die Grim Knights. Was sagst du dazu? Bieten wir denen eine verdammt geile Show. Wir machen sie fertig. Das gefilte outra. Noch nicht Oscille, dass wir 부� чиfort electricen sind. Nicht das, wir machen sie verdammt. Nicht das Spaß! Make it, make it creep. Gleich mày wie ein Höchst! Make, 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 make it creep! Grocke! Ard counter, Al Shauck